Vollkasko, Aywa, für Autos. Scheinst du einen Lamborghini zu haben, richtig? Oder kaufst du dir noch einen? Ist Vollkasko haram? Allgemein, die Versicherungen sind haram, außer mit Notwendigkeit. Sowieso Haftpflicht musst du ja haben, dazu bist du ja gezwungen, das ist nicht eine freiwillige Entscheidung von dir, das ist kein Problem. Aber alles, was darüber hinausgeht, sollte man nicht machen. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man nicht machen.